Mal höre dieses Tor aus Ecke. Fantastisch gespielt, nur noch ein Verteidiger steht ihm den Weg. So sieht das klasse Quatsch aus. So kann man sich den Ball auch nicht wegspitzeln lassen. Und das ist Schweinsteiger. Thomas. Ich glaube, dieser Leute wird der Schluss gestoppt, dass man gerade sein geliebtes Tor in dieser Partie. Ja, da war die Abwehr überfordert. Das hat man ganz toll. Der Druck wurde einfach zu stark. Und der Mann ist schon 2-2. Das war's. Das war's. Das war's.